Ende August 2024 wurden wieder zwei RE66 nach Kaiseraugs zur Verschrottung gebracht. Eine der beiden war die RE620-041. Am 12. Mai 1976 wurde sie in Betrieb genommen. Sie hat einst das Wappen von Mutti getragen. Die Kronzahlen und das Wappen sind verschwunden. Rückblick in das Jahr 2014 in ihre aktive Zeit. Hervorstechend sind sofort die glänzenden Kronzahlen und das Wappen von Mutti. Die ausrangierte Schwester Lok war die RE620-055. Sie kam am 13. Februar 1979 in Betrieb. Ihr einstiges Wappen war jenes von Cossonet. Bereits seit längerem war sie abgestellt und nicht mehr im Einsatz. Die beiden RE66 warten jetzt auf ihren Abbruch.